so guten tag ich nehme euch zu beginn des videos gleich mal mit hier ich bin beim betten messen und auf beiden seiten habe ich 1,94 beim einzelbett in der längsversion und wo ist der camper tubi bei uwe gante und zwar im neuen 23er jotty line und da hat man jetzt nicht nur das decor geändert sondern einiges gemacht und getan und da muss ich ehrlich sagen wow also das ist wirklich eine wandlung da hat man auch nachgedacht und hat ein bisschen kompakter gebaut aber nicht bei den betten gespart ich denke mal mit 2 x 1 94 94 5 kann man erleben also das sollte auf jeden fall passen und ihr seht also nicht dass das fahrzeug schmäler ist wir sind jetzt in der außenbreite bei 2 meter 20 für ein teil integrierten gelandet und da steht ihm gut zu gesicht muss ich ehrlich sagen also hier vom raumgefühl ist es kein großer unterschied bevor wir aber im innenraum weitermachen gehe ich mal raus und zwar rückwärts vor die tür es windet ein bisschen und ihr kennt ja mal ein windproblem aber ohne das könnte ja schon fast nicht mehr leben und ich hoffe ihr auch deswegen halte ich mich ein bisschen innen auf oder gehen die abdeckung kurzer einblick und ich gehe rückwärts raus die tür hat zugenommen fünf zentimeter in der breite also das ist jetzt schon das maß mit dem man gut leben kann das ist wirklich eine ich sag mal komforttür dazu weil du einfach geradeaus mit der kiste reinlaufen kannst also der trend geht absolut zu den größeren türen mehr durchlüften mehr zugangsmöglichkeit oder eine vereinfachte zugangsmöglichkeit und von dem her ist das schon mal ein echter gewinn so 23 was ist neu was nicht nur ist kommen wir da an ist das basis fahrzeug das ist der pichot in diesem fall natürlich auch aufgrund der situation mit besserer zur verfügung stellung das heißt also mit schneller liefermöglichkeit es gibt ihn auch als fiat da muss man dann ein bisschen geduld haben und geduld mit sich bringen aber das sollte der markt zu fair sein genauso wie hier das dazu sagen zu dürfen aber die fahrzeuge sind verfügbar ab dem caravansalon bestellbar und die ersten wer mit sicherheit ab oktober dann richtung kunde kommen 6 meter 60 lang also der ist wirklich schön ich wollte fast schon sagen sportlich aber das beruht natürlich auch darauf dass man hier schon mal im extra paket hier die bohrbett leicht metall felgen drauf hat und ich sehe immer mehr teile integrierte herumfahren wo die reifen verändert werden also eigentlich nicht die reifen doch sie werden ein bisschen breite auch zu 55 aber wo in jedem fall so ein bisschen mehr automotiver charakter dazukommt von außen sieht auf jeden fall hübsch aus ihr könnt ihr natürlich auch mit der standard alufelgen bereifung haben dann ist es 16 soll hier am 18 drauf aber laufuhe alles was dazugehört ich glaube ihr wisst was ich meine steht ihm auf jeden fall gut zu gesicht ja die breite das macht wirklich einen guten eindruck man sieht es auf den ersten blick dass es ich will jetzt nicht v klasse sagen das sagen viele ist ja auch mercedes begriff aber man hat das auch in der karabasche eingeführt hier am überstand ja bin ich aus der richtung hin geht ans etia aha nicht mehr so weit raus sondern ein bisschen schlanker gebaut im fahrhaus haben natürlich remis in serie rechts und links seht ihr die fahrhaus verdunklung hier in den türen nach dem berühmten fächersystem das sicher jetzt in den neufahrzeugen vermehrt durchgesetzt hat also nicht mehr die in anführungszeichen alte version dann natürlich auch an der front nach oben zu schließen ganz genauso wie von unten hoch fahrbar in jeder stellung da könnt ihr oben raus gucken oder unten raus gucken oder komplett zu machen wie auch immer das bietet sich natürlich schon an ja der pischot der ist in ordnung also für das preis leistungsverhältnis klar es ist nicht günstiger nichts günstiger geworden aber der geht bei 66 990 los und da muss man sagen da liegt die auf jeden fall im vertretbar fairen bereich das muss man wirklich sagen und man kriegt schon viel auto fürs geld ich zeige euch aber noch mehr also genannt wird er der c66 das ist wirklich das erste mal dass man jetzt bei gotti in dieser kompakten größe da steht es noch mal kompakt ein steigt und den versuch wagt aber ich glaube das wird auf jeden fall gut gehen das macht doch wirklich was hier sieht schön aus mit dem dekor schön abgestimmt das zieht sich die richtung führerhaus vorricht im fahrerhaus hier sieht man es alles gfk rundum fünf jahre dichtigkeitsgarantie also ein dem jahr 23 würdiger standard das sollte man heutzutage schon haben ich gehe mal rum mit euch also diesel adblock kommt natürlich hier ein 6d final ist die umweltklasse ich sag mal umweltklasse dazu da ist der abwasserhahn den kennt man seit jahren den zieht man raus und dann läuft es an der stelle ein bisschen weiter hinten aus dem fahrzeug dann haben wir natürlich das kassetten system für die toilette das ist ja bekannt manche wollen auch mal reingucken wie gut das abgedichtet ist aber das ist jetzt wirklich ein streitbares thema die einen sagen ja hier ist ein kleiner spalten dass ein kleiner spalt also passieren kann immer was aber ich kämpfe 32 jahre und seit sieben jahren fulltime und jeden tag mit der kassette beschäftigt oder jeden zweiten tag zum entleeren und also wenn man die warnsignale übersieht dass die kassette voll ist und da hat man lang genug zeit dann sollte die eigentlich auch nicht übergehen also beim auto tankt man in der regel solche ausnahmen bestätigen die regel ja auch rechtzeitig bevor man stehen bleibt also da ob das jetzt abgedichtet ist oder nicht da gibt es diverse fachmagazine die das jedes mal als kritikpunkt aufziehen kann ich nicht ganz nachvollziehen da auch ich mich mal der meinung dass ich das wirklich so darstelle wie es ist und aus meinem erfahrungsschatz da haben wir die garagentüren die garagentüren haben zwei davon rechte und linke seite und was strahlt uns entgegen das ist ein wirklich tolles set mit zwei hochwertigen campingstühlen und einem wirklich guten tisch den kenne ich den habe ich nämlich selber und da ist man gut ausgerüstet auch mit der richtigen unterbringungs methode dann kriege ich trotzdem hier noch zwei fahrräder rein wer sowas noch braucht fragt hier nach und dann kriegt er das noch mit eingebaut ihr könnt natürlich auch ein fahrradtrigger ans heck schrauben aber ganz ehrlich das neue heck vom jottiline sieht es gut aus oder sieht es gut aus das ist wieder geschmackssache ich sage ja grundsätzlich mir gefällt das damit ihr selber entscheiden könnt was passt und was passt nicht für euch es gibt noch die variante etwas günstiger die einsteiger variante das werden wir demnächst mal filmen das sind hier noch die normalen lichter drin normal heißt mit glühfaden bis jahr zehntelang funktioniert hat das ist die led variante und die ist jetzt eben beim toscanestyle kompakt c66 hier in der edlen variante aber kann man doch anschauen macht sicherlich was her passt gut dazu und ansonsten ist es ein mehrteiliges heck also man kann die leuchtenträger austauschen jeweils einseitig wenn es mal angeht da musst du nicht die ganze heckpartie tauschen kostet alles geld auch wenn es die versicherung zahlt aber schaden ist schaden auch unten kann man extra tauschen das ist immer gut verarbeitung sehe ich auch das ist wirklich absolut in ordnung die dichtungen sind schön ausgefugt das passt zusammen das kann man herzeigen übrigens perma internetadresse telefonnummer meldet euch und appencaravan salon könnt ihr den anschauen in düsseldorf und es sind nur noch diese wenigen tage wir können es kaum erwarten wenn es wieder losgeht und der toby der lebt ja von neuheiten das ist dann richtig cool wenn sich was verändert wenn sich was tut und versuche ich der erste zu sein der euch das zeigt dann sehen wir hier jetzt veränderung außen nicht nur das dekor und die größe ihr seht eine schöne große und auch dimmware led lichtleiste unter der markise die flimmert jetzt ein bisschen das liegt an meiner herzzahl und nicht an meiner sondern vom telefon das heißt dass ich bin mit 1920 x 1080 hd und bleibt bei 25 hertz und dann kann das eine oder andere led mal ein bisschen flackern haben aber am schluss sind die datenmengen so groß wenn man anders filmt dass ihr beim zuschauen mehr volumen braucht dann ist alles nicht so flottsch dem netz gegebenenfalls von dem her bleibe ich dabei und die meisten sollten mit diesem kleinen problem klarkommen und hat man hier auch hübsch gestaltet zusätzlich gibt es natürlich zu dem dimmbaren licht oben noch eine außen leuchte vorzelt leuchte wie auch immer man sagt dazu und die hat nun anders platziert meine rede schon seit jahren sage ich mach die doch weg von der türe klar habe ich jetzt hier was über der türe kann ich aber eben dann dem hinunter ausschalten aber das zieht natürlich die tierchen an in der schönsten jahreszeit dann habe ich immer an der tür ein zuschauer hat mir geschrieben vor jahren ein spruch auf meinem virtuellen kamin sims tobis endgegner ist die außen leuchte beim reisemobil das ist fakt also da verändert sich was einfach ein bisschen weg bis sie mittig dann ist ja auch meistens bei der marquis oder vorzelt mittig passt so dann haben wir eine kalt warm außen dusche klar dann haben wir tv außen anschluss und wir haben außen anschluss zum grillen oder ähnlichen alles was gas braucht da hängt ihr euch hier dazu und dann passt das auch zusammen wir haben im fahrzeug nicht dass ich da vorbeilauf und das vergesse das würde mir wieder keiner verzeihen aber ich sage ja mal herrlich und perfekt das ist meine ausrede für meine fehler sorry haben wir eine hinterachs luftfederung die ist bei dem fahrzeug dabei jetzt kommt danach auf das was ich eingestellt haben möchte man hört es am geräusch dass sie bisschen zittern ist normal das kommt durch die luft und irgendwann wenn er das erforderliche erreicht hat hört natürlich der kompressor auch auf ich kann aber manuell natürlich jederzeit ausschalten und auch luft entweichen lassen der große vorteil ist dass ich über dreieinhalb tonnen auflasten kann bis 3850 kilo ist natürlich wirklich praktisch und auch fahrsicherheitstechnisch wirklich schön ist und auch vom fahrkomfort her für die hinterachse einiges an vorteilen bringt also das spürt ihr wirklich beim fahren wie viel ist drin natürlich der luftdruck der reifen auch immer wichtig aber das macht wirklich fahrkomfort da schwebt es hinten mehr sind ja nach wie vor blattfedern verbauten der transporter liga in diesem fall und dann kann man hier eben schön nachjustieren und je nach zuladung geht man ein bisschen höher vier ist jetzt schon bei guter tonnage wenn man straffer mag dann geht man auf zwei dann spürt man das auch schon könnte natürlich auch während fahren drücken aber das ist das fahren im vordergrund normalerweise teilt man das auf und macht es vorher oder nachher fahrt man auf die waage wenn ihr so ein fahrzeug gehabt stellt euch das ein und ihr könnt natürlich damit auch den abstand zwischen fender bzw gut flügel und radkasten diese höhe einstellen also der punkt sich auf oder geht dementsprechend runter hier ist übrigens dann wenn ihr nicht die standard alufelge nimmt der gute konti reifen drauf der andere ist auch gut alles wunderbar aber das ist natürlich für die 18 zoll schon mal eine schöne bereifung die laufruhe dann sucht er nicht jede spurrille je nachdem wie er eingestellt ist und dann geht es dahin dann geht es los und immer beachten 5 5 ich hatte neulich mal diskussion tobi was machst du in deinem fahrzeug ich habe es ein bisschen straffer habe ich würde niemals unter 4 8 gehen ich habe mal ein gehört der hat gesagt ich mach 2 5 hinten und vorne in der rolle das ruhig sage ich ja das ist der schlechteste für die reifenhaltbarkeit für die sicherheit für alles also man sollte da schon den herstellerangaben vertrauen und folge leisten ansonsten ist das nicht das gelbe vom ei und auch der verbrauch geht ja wirklich hoch das merkt man weil der rollwiderstand ein anderer ist wie wenn er sich leichter tut aber das sollte euch bekannt sein wir haben eine tolle ausstattung am dach der wagen kam so frisch rein da hat man bis vor ein paar minuten noch gearbeitet dran zweimal solar die alten satanlage dann haben wir eine extra antenne da halte ich auf der anderen seite noch mal hoch geht es auf jeder seite mal ein bisschen richtung dach dass ihr das sehen könnt ich denke es sollte klappen ich kann nämlich doch hoch fassen rückfahr rückfahrkamera drittes bremslicht und jetzt von rechts sind noch mal begutachtet dann seht ihr die antenne ja man ist weg von den spiegel antennen gott sei dank da könnte natürlich noch mal aufrüsten und zwar vielleicht mit dem router dazu 4g 5g was auch immer ihr wollt das wird hier auch verbaut für euch und besorgt für euch und dann haben wir noch die dometic klimaanlage drauf die freshjet ist bewährt und die könnt ihr mit einer funk schalten ganz klar die sitzt auch an der richtigen stelle nämlich in der mitte des fahrzeugs und dann kannst du problemlos dieses fahrzeug runter kühlen und das schöne ist es sind zwei mal batterien an bord für den aufbau und über den wechselrichter läuft dann die klimaanlage auch mit das heißt circa zwei stunden bei voller batterie kapazität kennt ihr dieses fahrzeug klimatisieren dann geht er natürlich irgendwann einmal in die knie weil die klimaanlage zieht schon viel strom aber das würde mit sicherheit reichen um einen hund mal kurz zum einkaufen eine stunde oder einein eineinhalb oder auch zwei im fahrzeug zu lassen aber das ist natürlich geschmackssache aber wird oft gefragt der hund ist wichtig wäre mir auch und von dem her sollte man darauf schauen dass es vielleicht ein bisschen wenigstens läuft da sehen wir ja auch noch mal eingebaut ich war auch schon drin im fahrzeug die stehhöhe ist 198 mit zwei meter problemlos platz die tür hat eine zweifach schließanlage oben und unten ist ein ein bisschen einbruch sicherer geworden und hat zusätzlich hier oben noch eine gasdruckfeder das mit dem zuschlagen gerade schon richtig stürmen dass die einem um die ohren haut und ansonsten hält sie stabil die stellung und kann dir auch nicht entgegenschlagen also das ist wirklich ganz gut das ist klar das wisst ihr gebaut bei rapido braucht man nicht viel zu sagen das ist schon auch eine marke seit jahrzehnten mit stellenwert und hier haben wir natürlich wegen der größeren felgen beziehungsweise reifen eine verbreiterung vorne das ist klar das verlangt der tüv das darf nicht überstehen da ist man in deutschland wirklich klein kariert schadet aber auch nicht dann fliegen ja nicht alle steine direkt aufs blech also das ist ganz gut dann haben wir natürlich led tagfahrlicht sehe ich hier und in der farbe vorne auch mit dem fahrerhaus das passt wenn man das sieht hier hinterm rückspiegel von innen aus gesehen natürlich dann haben wir ihren lichtsensor verbaut schadet auch nicht schaltet das licht automatisch ein wobei ich immer sagt ganz mit licht von ist safer ich mache das ich habe meinen lichtschalter noch nie ausgemacht bei keinem der fahrzeuge einmal an und dann läuft dadurch bis sich das auto tauscht aber wie gesagt man sieht so und so und wie immer geschmackssache wir haben elektrische einstiegsstufe die zeigen wir natürlich noch mal ausführliche da habe ich schon ein bisschen schmutzig gemacht insektenschutzgitter gucken wir uns auch an das läuft sehr geschmeidig das ist nicht so zu lappig ja ich wollte jetzt richtig dann aber richtig solide trotzdem immer mit liebe behandeln das ist wichtig schon dass die fuge immer sauber bleibt unten und vor allem eins wir nehmen die in der mitte dann flutscht es besser nicht oben anreißen oder unten anreißen in der mitte führen dann passiert da eigentlich in jahrzehnten wenig und wenn man der hund durch läuft oder die kinder dann muss man halt ersetzen es ist halt mal so dass es doch nur ein netz ist da muss man halt einfach nüchtern der sache in die augen sehen oder das gesicht oder in die augen wie auch immer textile der bezüge und zwar für sitzbank und fahrer und beifahrersitz finde ich gelungen von design passt es ganz gut dazu dieses matte grau hier so ein mittel grau sage ich jetzt mal weder dunkel noch hell finde ich schön kann man auch atrazit nennen denke ich mal das passt gut zusammen insektenschutzgitter und verdunkle natürlich wie immer obligatorisch seit jahren an jedem fenster und und bevor wir uns denn das ist schön dass die nicht so dieses krankenhaus beige oder computer beige haben sondern guckt mal das gefällt mir dass es die auch anders gibt hier es bewegt sich was ich bin fasziniert das finde ich richtig gelungen und du kannst halt einfach stufenlos einstellen das ist super praktisch gas warner gibt es hier an der richtigen stelle montiert wenn da jemand das einleitet oder wie auch immer schade das nicht wenn man es hat dann immer richtung küche da man die lichtschalter treppenschalter steckdose dann haben wir natürlich auch eine die möglichkeit von einem bett umbassert weil der hat jetzt kein hubbett und dadurch kann ich vor noch mal ein drittes bett bauen indem ich den tisch nach unten hänge hoppala komm mit kamera so jetzt ist er da unten sieht die schiene der tisch nach unten das tischbein eben auch geklappt nach unten dann habe ich eine ebene und dann sind die zusatzpolster an bord sehen wir dann gleich so kamera mal kalibrieren und dann flutscht das auch mit einer dritten person für zweite natürlich wirklich gut vorne haben wir so eine kleine galerie eine kleine ablage für kleinigkeiten die geht durch da kann man gegebenenfalls sich was unterteilen damit die kleinigkeit nicht rum rutschen beim fahren aber wie ihr wollt und ein zu öffnendes fenster vorne beim teil integrierten in der in der kleinen buchmaske oben drauf also das ist ja auch standard geworden aber man sieht hier mit der sonne draußen dass das licht jetzt gerade wunderbar einfällt schön also gibt wirklich ein schönes bild ab hier ich stelle mich mal auf die außenstufe um hier weiter zu gucken damit ihr möglichst viel seht mit der weitwinkel einstellung die schränke hat man geändert da mache ich auch gleich einen auf davon dann haben wir natürlich einen arm einen ausklapparm ein teleskop arm für den fernseher wir haben aber zwei an bord von der größere hinten der kleinere fernseher das reicht aber voll und ganz wie gesagt die satanlage von alten und darf hat ein doppel lmb und dann könnt ihr vorne und hinten unterschiedliche programme schauen das ist eigentlich heutzutage auch standard mit dvd player ist ein tfd hinten glaube ich hat 18 5 und von 22 zoll dann lese ich hier aber wirklich ab ich will euch nicht an zweimal 100 watt wp solaranlage inklusive laderegler dometic wand marquise vier meter ph 1000 mit led dimmbar fahrer aus plissi haben wir wir haben wir haben vorne noch das neueste zehneck modell sprich also die verbesserte version 3766 z minus e 3766 wer sich da mal rein google möchte kann gern gucken dann haben wir da unten noch mal das große maul sage ich immer dazu das gibt es auch mit cup holder kann man auch täglich um war und ich finde das ganz praktisch und da hängen schon zwei usb kabel runter und da könnt ihr noch mal externe medien anschließen und über szene gefahren ist eigentlich auch normal dass es dabei ist die haben heute schon alle digitalen möglichkeiten müssen sie auch haben weil der wettbewerber sitzt auch hier immer im nacken das ist so ja jetzt die netten form jetzt der eine oder andere wird sagen gibt es noch mit face to face ist bei der baugröße echt schlecht also auf 6 60 was mit fest zu fest zu bauen und ein einzelbetten unterzubringen das ist eigentlich nicht mehr möglich das würde auch nicht gut ausschauen und von dem her hat man hier klassisch die die net gekauft alles andere sind schöne mode erscheinungen aber ich denke deswegen sind halt auch mode erscheinungen das ist der klassiker der wird sich neu ewig kalt und wird ewig so verkauft von dem er könnte das mit sicherheit ein vorteil sein wenn man in ein paar jahren am wiederverkauf denkt weil einmal ist die exoskope in dann die heckbetten wir hatten französische bettzeiten das kommt jetzt auch wieder ein bisschen mehr da haben wir alle einzelbetten gekauft dann haben alle nur ja ihr wisst was ich meine ich hatte auch mal korthosen an vielleicht kommen die bald wieder wie auch immer das ändert sich das ist der zahn der zeit der nicht an den modellen hat auch sondern vor allem auch an uns nagt das immer auch mal gleich die steuerung von der satelliten schüssel der astra 19e ist der satellit den wir hier meistens gucken und mit der schüssel kennt ihr so ab südspäden bis sizilien könnt ihr eigentlich problemlos hier über den astra eure programme holen wie hier was läuft da ich gar nicht so lange in die kamera halten sonst schlägt die gema zu auch wenn der ton nicht läuft er kennt das bild und sagen das war der fernsehsender kriegst du keine werbeeinnahmen weg gehabt so läuft das bei youtube aber die müssen ja auch überleben die armen hoffentlich wird das jetzt nicht zensiert so da haben wir stabile ausführung keine feder und vor allem außen kein schnickschnack mehr dran ein deckel der mit push funktioniert man kann das natürlich auch pushlock nennen man muss ja auch hin drücken aber der pushlock im herkömmlichen sinne ist meistens zu finden bei den staukästen oben aber das system halte ich für durchaus existenzberechtigt ihr seht auch für die durchverkabelung des fernsehers braucht man diese vorbereitung nicht die vom werk her drin ist von serientechnisch und darüber haben wir steckdose also der fernseher ist jetzt direkt verkabelt von dem her erübrigt sich das dann gehen wir ein stückchen weiter nach hinten nahe ist platz für eine garderobe dann schauen wir gegenüber der garderobe in diesen raum und das ist jetzt wirklich erstaunlich film jetzt extra mal den boden erstens weil er finde ich gut dazu passt zu diesem tascani style style entschuldigung tascana stil und das passt optisch wirklich und es ist platz meine wagen hat nur noch 220 innen isolierung wand stärken weg und so weiter dann bleiben circa zwei meter zwei übrig und die nutzt natürlich innen wirklich gut aus man kommt aneinander vorbei so lange man nicht jetzt ja dementsprechend viel mit bringt und jetzt drehe ich mich um um euch die küche zu zeigen ich habe ja vorher mit dem rollo schon mal drüber gefilmt das reicht finde ich klar manche wollen drei hier passt es mit zwei denke ich uns auch wieder ein bisschen mehr platz übrig als arbeitsfläche und um was stellen der tisch lässt sich ja ausklappen da kann ich dort noch mal was abstellen den zwei personen kommen da problemlos klar was wirklich schön ist man sieht es an der kante ist die verarbeitung vom neuen waschbecken mit einem ordentlichen großen ablauf und ein schöner ein hebel mischer ist natürlich jetzt kein wasser drin der ist wirklich geschmeidigt der hat eine haushaltsqualität wäre jetzt ganz massiv das muss wieder leicht sein für das reisemobil aber der macht einen sehr soliden eindruck ich formel auch gerade ein bisschen dran rum trotzdem überall im wohnmobil mit liebe rangehen das hält länger weil wie gesagt ihr wollt mehr luxus ihr wollt mehr machen können oder mehr inhalt haben und das geht halt auch zulasten des gewichts wenn man da anfängt normalen haushaltsaun einzubauen und sitzt ein halbes kilo mehr das macht zumal natürlich am ende einiges aus soft opening und klick ambiente beleuchtung läuft hinten auch warum und vorne in der dinette da wollen sie haben will sind sports eingebaut im heckbereich und vorne haben wir über dem tisch natürlich noch extra eine schöne beleuchtung dann haben wir eine überraschung ich rede ja seit jahren davon heute wann ziehen denn in detail integrierten voll integrierten und so weiter bei den herstellern wenigstens schön langsam mal die möglichkeiten von kompressor kühlschränken ein ratatata der hat ein und für autark wieder gut mit der batterie beziehungsweise in beiden batterien an bord da kann ich den laufen lassen kann ich den nutzen ist ja dafür sich schön zugezogen hat bekannte marke wie die frigo und die bank gute kühlschränke und der passt hier rein das ist dann mit in italy so hast du auch wieder das kann italy auch schön gemacht mag ich auch gern sowas das hilft zeit unbedingt gegen das rutschen aber es sieht gut aus und ist da keine unterteilung in drehen an bord selbst normalerweise normalerweise immer selber oder noch mal extra da muss man selber was einfallen lassen aber für den anfang ist das schon mal eine tolle lösung dann haben wir ein hängerschrank nicht unter dem bett hier in greifhöhe aber unter dem bett haben wir noch was das seht ihr gleich die klappt mache ich wirklich alle auf da geht es der außen steckdose da ist auch der fisch schalter für 230 230 volt betrieb eingebaut da geht es weiter wieder der nächste schrank falls ihr da was hängen wollte und kann man dann eine kleine stange rein waren kein problem dann haben wir unter dem bett den nächsten slot dann haben wir gegenüber die angesprochenen kisten äh kissen tschuldigung das ist die erweiterung für den umbau bett vorne dann haben wir noch mein schrank also da kann sich echt nicht beschweren super das ok also stauraum wirklich viel klar jeder nutzt was geht aber tschuldigung aber das ist wirklich ordentlich dann haben wir hier unten natürlich den starr genutzt in der großzügigen treppe ist auch kein stiefchen oder so eine hühnerleiter sondern 49er halber schuhgröße aufgerundet 50 sei immer da komme ich ganz drauf auch in der nacht wieder der vorteil lacht er nicht du kommst auch wieder gut runter wenn du so im dunkeln leicht benebelt und verschlafen drüber steigst noch auf die toilette willst dann willst du dir hier nicht wehtun und dem du abrutscht sondern sicheren tritt hast hier noch mal led ein großes hickey das ist gut zu steigern hinten usb zweimal mit den angesprochenen schwanenhals leuchten doch ist gut fernseher da haben wir es das ist der angesprochene von der alten anlage zum füllen fernsehen im heckbereich und dann haben wir natürlich noch mal so ein vorhang der fühlt sich gut ich bin so ein haptiger mensch geworden durch den job und dann könnt ihr hier ein bisschen blickdicht machen dann haben wir das bad und da macht die echten riesen sprung dahin wo viele andere schon sind das muss man wirklich sagen duschtasse ablauf schauen wir mal aber zwei hat ich weiß es wirklich nicht ich entdecke mit euch das auto zwei abläufe auch nicht falls der eine oder andere doch mal zwischendrin irgendwo schon am straßenrand stehen bleibt nicht ganz austariert steht und läuft das wasser relativ sicher immer gut weg aber zum richtigen gebrauch sollte das fahrzeug natürlich gerade stehen das wisst ihr und jetzt schauen wir uns das klappbad die klappdusche an so funktioniert das einfach nur anziehen da oben gesichert da ist auch noch mal ein fetter magnet drin und jetzt habt ihr platz der radkasten das hat man finde ich gut gemacht der ist nur angerissen ist also keine echte große schwelle drin wie es des öfteren zu sehen ist also da kommt man auch als nicht liebhaber vom radkasten duschen klar und dann macht ihr natürlich die schiebetür zu hast du da auf der magnet schiene ein und dann beim fahren natürlich bitte auch schließen sonst schießt euch die nach vorne da kommen dann immer die schäden her da haben wir noch mal was zum runterklappen um eben noch mal feuchte klamotten hin zu hängen gerade im herbst winter wenn ihr unterwegs seid dann hat man mal nassen anorak oder schlechtes wetter im frühjahr gibt es auch im sommer allerdings vergessen wir das immer alle ganz schnell wenn es so heiß ist da seht ihr da geht was und dass die thoma kombi an bord die trocknet dann die klamotten ganz in ruhe das ist auch absolut ausreichend gut gemacht und da ist die klimaanlage die ist wie gesagt an der richtigen position und die wünsche ich mir jetzt gerade ja muss ich natürlich noch umschalten vorne netz vorrang schaltung hat er übrigens auch eingebaut das ist jetzt dann ein paket dieser inverter ja den schaltet man ein bedienpanel infos dann haben wir eine ready heißt also ich könnte jetzt noch per app und perform mit ihnen das ganze erweitern das ist hier auch einbaubar braucht ihr noch fragen heizen und kühlen das ist die kombi 6e das sich hier an den symbolen jetzt kommt der kühle wind hörte das ich habe nur hier den wechselrichter eingeschaltet und schon kommt die klimaanlage mir aufgepasst hat ich hänge wirklich nicht am strom aber ich bin unter strom und ich schwitze richtig mein lieber schieber gut dass ich die kappe auf habe ich werde auch schon wie nasser hund und das tut gerade so gut aber ich werde wieder ausschalten sonst hört er mich nicht das kann ich mich länger darauf bleiben muss und damit ich in werter so selten ein und ausgeschaltet da schalte ich jetzt direkt und das sind laufen wird er hört mich ist natürlich jetzt die höchste stufe wenn der thermostat eingestellt ist da schiebt er schon richtig an normalerweise geht das natürlich auch im nachtbetrieb ein bisschen leiser das ist klar das ist auch wichtig weil sonst könntet ihr nicht schlafen gibt es eine nachtfunktion wenn das fahrzeug mal runter gekühlt hat dann wird er wirklich sehr ruhig ein bisschen was muss er machen er muss ja schließlich auch kühlen was sind wir denn nach vorne noch den sogenannten nato knochen weiß nicht ob das jetzt gerade in der zeit so ein umgänglicher begriff noch ist aber das so heißt er halt schon lange und ich gehe jetzt mal noch hier am zettelchen über die auszeichnung er ist natürlich demnächst im netz wie gesagt 66 990 da ist jetzt alles drin winterpaket troma c6 eh das haben wir mit integrierten heizstäben falls man kein gas an bord hat als echte heizung ist es schon teuer heutzutage mit dem strom vom stellplatz oder campingplatz dann haben wir 200 wp solaranlage laderegler zwei aufbau batterien dometic fand man gesehen hatten wir schon 10 km gas wenn er kurbel stützen zwei stühle ein tisch beheizt abwassertank mit umluft beheizt nicht irgendwie elektrisch sehr gut troma gasfiltersatz troma du control im fahrzeug cs mit crashsensor sprich also ihr könnt während der fahrt die gasanlage laufen lassen und die würde im falle eines crashes drum der name abschalten crashsensor ich gehe noch vor das auto um euch ein bisschen bilder abwechslung zu bringen dann haben wir drin das hochdruck schlafen und roma mit gas mit schlafbruch sicherung das ist eigentlich logisch platten rost im heckbett hammer jetzt hat mich hier gerade eine wespe dann haben wir die alufelgen 16 zoll stadt stahl felgen wie gesagt das ist dann noch mal auf reisen dann gibt es eben ein spezielles paket mit dem schrankkonzept schlafbereich led ambientebeleuchtung gas außensteckdose multifunktions außensteckdose das ist dann nochmal extra im set dann haben wir garagenhaltungen für tisch und stühle dann haben wir das zusatz luft federsystem dann haben wir die e stufe und das autark paket von dometic wo also jetzt dabei ist der ladewanter der ladebooster mit 40 ampere dass wir an der fahrt noch richtig schön energie reinschieben könnt dann haben wir zwar mehr die batterien dann haben wir die fernbedienung dafür und temperatursensor ts 1 und das kostet mal schon fast 5000 euro und das gibt es für 1899 dometic aufbau klima kostet normal mit einmal 2,98 die ist hier für 19,99 dabei die alufelgen bohrbett die liegen mit allem schickimicki mit den allwetterreifen wie gerade gezeigt bei 17 22 und die dachantenne für okw dhb und gps liegt bei 499 überführung und so weiter kommen wir jetzt genau bei dem fahrzeug auf 74.999 euro also gern schon informieren wenn das video rauskommt aber wie gesagt zum anfassen gibt es den am caravan salon und das ist gut so und wir freuen uns drauf und dieses fahrzeug werden mit sicherheit dort auch wieder sehen es wird auch noch einen zweiten neuen in der kategorie geben und den zeige ich euch am caravan salon also bleibt dran jetzt kommt die heiße phase der tubi der fühlt sich jetzt gerade wieder wie die die jährliche neugeburt und ja wir kommen auf touren jetzt gibt es jede menge auf die augen und ich hoffe euch geht es gut ihr bleibt gesund wenn ihr fragen habt schreibt in die kommentare ich hoffe es zweimal in der woche ab vielleicht auch noch einmal in der woche je nach auffahren dann macht es lieber einmal konzentriert das jeden tag ein bisschen wenn wir sehen oh ja sehe ich noch was wem fällt es auf die fenster sind schicker geworden rahmenfenster ist klar aber jetzt hier sieht man diese diesen schließmechanismus schließmechanismus nicht mehr so gut das ist gut nicht unbedingt für uns auch klar für die optik aber der einbrecher kann es eigentlich kaum mehr sieht man einschätzen was ist denn da drin und kann man da und hat man da und ich glaube das ja ist eine sache für eine einschätzung was mache ich denn zuerst für ein auto auf aber wie gesagt wir wünschen uns eine gute versicherung dass natürlich nichts passiert die quoten sind aber natürlich gibt es ab und zu übergriffe aber ich habe wirklich die letzten jahre und wir haben viel input nichts besonders schreckliches gehört und das ist gut so also wir sehen uns bleibt dran falls sie nicht abonniert hat abonniert und ein like der freut uns immer das heißt uns youtuber egal wen ihr guckt bisschen zustimmung schadet nicht wir machen das wirklich leidenschaftlich investieren viel zeit brauchen ein bisschen geld durch die werbung bitte versteht das auch dass es nicht gleich ein daumen runter wert